Wir stehen kurz vor dem 19. November und wir erinnern uns die Pogromnacht. Juden haben auch Töpfer gekämpft gegen die Nazis. Und zum Beispiel die Partisanenlied, geschrieben in die Ghetto durch Herschel Glick. Musik 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 Es hat gegeben auch viele jüdische Heldinnen und jeden Freitagabend singen wir die Gebete für den Schabbatabend ein Lied der tüchtigen Frau, Eschet Chail. Eschet Chail miyim tsa. Wer findet wohl eine tüchtige Frau? Und zum Beispiel die große Heldin von Ungarn, Chana Senesch. Eik bin bin. Eik bin. Eik bin. ZANG EN MUZIEK 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 ZANG EN MUZIEK